Hey! Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, er hat mich kaum kurz erschreckt. Ja. Verschwinde bitte. Ich habe einen Kurs. Ich habe eine neue Kurs. Man, ich habe einen Kurs. Ich höre kein Gegner, aber ein Telefon. Hat doch die Tür doch zugemacht! Man muss die Tür wieder länger zuhalten. Ja, schönes Gesicht hast du da. Kannst du bitte verschwinden? Danke. Ich dachte, man müsste es nur einmal kurz zumachen. Dann reicht das schon. Kann ich nicht rein theoretisch einfach durchgängig hier zuhaben? Das geht doch auch, oder? Ich verbrauche ja eh ja kaum Strom. Das Einzige, was irgendwie Strom verbraucht hat, weil ja immer der Ventilator... Ja, so, der funktioniert. Meine Kälfere-Taktik funktioniert. Mann! Ich habe doch zugemacht auf der Seite! Ich konnte dich hören, zu spüren. Und Leute... Ja, Leute... Ich habe gesehen... Euch... Hat irgendwie... Mein... Nicht mein letztes Video, sondern mein... Mein vorletztes Video... Gefallen. Darum dachte ich mir... Mach einfach mal ein eigenes Format draus. Ich weiß auch schon genau, wie ich es nennen wäre. Und zwar Sport-Neid. Hey, hey... Ich will dir etwas erzählen. Nein, ich habe keine Lust auf dich da unten. Nein! Verschwindet bitte! Verschwindet bitte! Wie macht denn Lust auf dich? Oh, diesmal komme ich ein bisschen besser klar. Obwohl mein Hitze ist gerade nicht so gut. Verschwindet bitte! Boah! Musste man das so laut machen? Haha! Ups! Was willst du denn jetzt noch laden? Was kommt so gegen? Erstaunlich gut kommt klar. Natürlich dank meiner guten Tür-Taktik. Komm! Hm! Wie hat denn das misst... Ja, wer hat mich auf mich gefangen? Ahhhh... Mann! Schon ein wenig... Das war die Zeit ein bisschen anstrengend. Gib mir doch mal eine freie Minute! ich glaube ich werde es nicht schaffen wird es nicht schaffen jetzt nicht schaffen das weiß ich jetzt schon ich habe zu wenig strom dafür was mache ich weiß ich habe ich genügend strom ich muss jetzt leider meine generatoren machen dann habe ich auf F gedrückt Mann was die verdammte ich bin tot ich bin tot Fertig wird du hast dann kommen Fertig kommen Ja Ja danke Ihr müsst euch gerade mal überlegen Ich komme von einem harten Arbeitstag, ran wir zurück Und dann spiele ich direkt so ein komisches Spiel was so viel konzentration abverlangt obwohl ich heute schon nicht so 10 stunden lang 10 stunden nicht 10 stunden 8 stunden lang äh mein Bildschirm ist einfach ausgegangen Hä? Warum komme ich direkt ins Spiel? Hä? Was ist das? Würde mich natürlich freuen wenn es mir in der vereinfachte Version jetzt wäre Ich bin jetzt wieder aufgeregt Okay Okay ich muss die Tür deutlich länger zu halten Immer bevor Ich dann einfach Bevor ich hier mal in den Mutti einfach reingehe Also würde ich da einfach kurz die Tür dann schnell zumachen Als ob jetzt schon die erste Stunde schon oben ist Wie schnell geht denn das? Mein Versuch wert Tür zu Verstanden Nein ich rede gar nicht mit mir selbst Was mach ich? Was mach ich? Oh das war knapp Mensch Das war knapp Ich bin ich bei mir 添 portion Das war knapp Für Verk hinein Der . Ach komm schon! Warum ist das schlimm? Ich weiß jetzt doch nicht wer da drin ist. Was war das? Was war das? Was war das? Admit es. Du wolltest mich in lassen. Was war das? Was war das? Hä? Was war das? Was war das? Das ist hier drin gar nicht gelistet. Bin ich gerade blind? Das ist hier drin gar nicht gelistet. Ach komm schon! Soll ich einen nicht gelisteten Gegner bekommen habe? Okay. Ich habe bislang glaube ich bis 4 Uhr geschafft. 4 Uhr war bislang meine höchste Punktzahl. Wenn ich so nennen kann. Kannst bitte ruhig sein. Ich hab das nicht gelistet! Geh, Mann! Ach komm schon, komm schon, bitte nicht, bitte nicht, kannst du mir bitte einen gelisteten Gegner geben? Was ist denn jetzt für neue Challenger? Da stand da gar keine neue Challenger. Hat ich gerade aus irgendeinem Grund Glück, obwohl ich es gar nicht wollte? Aber was ist denn jetzt für ein Gegner drin? Nein, 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 blöd Werbung, blöd Werbung, blöd Werbung, blöd Werbung, blöd Werbung! Da war gerade mal einfach acht Werbungen hintereinander! Da war gerade mal irgendwie so eine blöde Virus-was auch immer-Meldung oder irgendwie so ein Schutz dafür. Das war einfach achtmal, ich musste auch achtmal anklicken! Direkt der Hinterfall einfach... Das ist ein guter Karl! Ah, das ist mir bloß nicht direkt da. Danke, doch nicht danke! Okay. Schon wieder blöd Werbung! Okay. Okay. Schon wieder blöd Werbung! Man, ich hasse diese verdammte Werbung! Das ist generell, wenn Werbung in ein Spiel nicht reinkommt. Warum? Warum? Warum kommt... Hast du mich? Oh-oh! How unfortunate! I'm gonna do a sneaky thing! And throw a new Contender in the ring! Was ist denn jetzt für eine neue Challenge jetzt drin? Warum kriege ich eigentlich drei... Oh, okay! So kann man sie ausfalten! Okay, einfach auf die Nase draufklicken! Verstanden! Ich hab' ein furchtbares Glück gerade! Das wird jetzt einfach nicht kommt! Weil er stand genau vor der Tür! Eigentlich genau in der Angriffsposition! Was ist denn das mit dem New Call? Was ist denn das mit dem New Call? Was ist denn das mit dem New Call? Was ist denn das mit dem Neumens? Was ist denn das mit einem Sanctberat? Was ist das mit einer Lehmersung? Das ist das mit dem Schleppel. Was ist denn das mit der Länen? Was ist denn das mit einem При ancestry? Ich habe eine ganze Stunde herumgeblübt. Ihr wisst kein gutes Deutsch. Okay. Bonnette ist an sich eigentlich nicht so schlimm. Oh, wie mein Herz gerade pocht. Mal fragen mich, warum kommen wir eigentlich immer so zwei Gegner eigentlich nie? Da sind die auf 20 geschaltet. Okay, ich lasse es einfach... Das ist durchgängig... An! Mann! Okay, ich schwirme mich jetzt einfach so komplett ab. Danke! Danke! Danke, danke, danke schön! Warte, wann habe ich angefangen? Ja, das kennen wir glaube ich schon. Also ich habe jetzt echt eine halbe Stunde oder sowas geschafft? Ah, ja, neue Ferti-Sache. Das ist verglich. Als ich schwer steke sch跳.... vor dem.... behaviors in... schon was der Tipp. Das ist... aber ganz... ... ... ... Leute, das kennen wir auch schon, oder? Also, ich habe mir gedacht, dass ich nicht gedacht habe. Ich habe, dass ich, vor kurzem, die馬小屋から集めていた紙を使って, アルパカの衣装を通列に作った. Ich habe, dass ich, vor allem, die窓 der, いくつかの厄介な音作りを計画していたが, その後,彼は飲酒の谷に落ちた. Und ich habe, das war, mein divorcedes. Dich? Wann bin ich nicht? Ich gehe auf den Toil, doch nicht so. Ich hatte natürlich, mich hat sie verletzt, weil ich ihn im Saat aus dem Vst. Ich habe wirken, mit ihm an Alpaca und dem Wzen und ihn in den Schläumen. Das ist sehr schön. Ich habe einen Film aus der onlineen Haut, Ah, eine Batterie. Also, ich weiß nicht, ob wir das schon jetzt gesehen hatten. Aber die Sache mit Bacon war, glaube ich, neu. Ja, das Einzige, was mir auch weht, war der Bacon. Ja, wenig Schweizerplatz, bla bla bla. Ja, ähm, ich werde das, glaube ich, komplett umgeschnitten lassen. Ich glaube, das Einzige, was ich tun werde, ist, glaube ich, den Ton einfach noch unterstellen, weil der immer zu laut ist. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nein, ähm, was wollte ich nur noch mal gerade sagen, gerade mal sagen, ähm, äh, ich weiß nicht mehr, was ich noch mal sagen wollte. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Das fällt mir bestimmt morgen oder sowas ein. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne einen Like da. Das wollte ich eigentlich sagen. Das wollte ich eigentlich sagen. Dann würde ich sagen, tschüss.